Bumm! GG! GG Worldplay! Hallihallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren GTA Online Verstecken Challenge zusammen mit meinem Bro Tomek. Da ist er, hallo! Yeah buddy! Herzlich willkommen ihr Lieben! Verstecken, meine Map habe ich selbst gebaut. Link nicht in der... Ihr habt es... Also bei mir nicht in der Beschreibung. Also bei mir habt ihr ihn in der Beschreibung. Aber ihr habt doch den Link zu Tomek. Ganz ganz wichtig Leute! Supportet ihn! Checkt ihn aus! Denn er spielt viele andere GTA-MF. Baut noch welche, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, bevor wir das machen erstmal... Anzeige natürlich... Müssen wir hier ausstellen. Ja, ich habe schon alles ausgemacht. Sammelkartendeck hier unten rechts an dem Bildschirmrand. Und jetzt... Ching! Chang! Chang! Schere! Shit, Papier! Ah! Ich... Ich verstecke mich als Erster! Okay! Ich will deinen Motorrad umkicken, nicht dich! Ich laufe los, Alter! Mach du deinen Schabernack da! Shit! Shit! Ja! Okay, ich lebe! Eins! Zwei! Drei! Big! Hey, normalerweise hätte ich jetzt schon fast gesagt, du kannst kommen, aber ich mach nicht wieder so einen YOLO Shit, Alter. Ich hätte die Runde gewinnen können damals... Wie! Was war das? Diese verbaute... 12! 13! 14! ...Wirz! Fett sind eh! 15! 17! 18! sind. Okay, Bro, jetzt kannst du. Es geht los! Der Pimer läuft. Also, die Blöcke sind, ja, die sind wahnsinnig fett. Man muss sich schon richtig positionieren. Ich habe mir jetzt so eine Position ausgesucht, wo ich mal denke, ich sehe so eine Kreuzung. Wenn du da langläufst, kann ich mich ein bisschen orientieren. Das Geheimnis hier wird halt sein, dich zu sehen, sich in der Position ein bisschen zu verändern. Ja, und damit das Mindgain zu spielen. Man muss hier... Also, wenn du von der richtigen Seite kommst, oder so. Ja, das ist aber immer das Ding, wenn du von der richtigen Seite kommst. Ja, da hast du recht. Man muss hier? Ich sag's jedes Mal. Ich bin aber gerade echt entspannt. Das ist mal was Neues für mich beim Verstecken. Sonst sind wir voll verkrampft. Aber jetzt, es geht, es geht. Ich habe ja bewusst auch bei den... Oh, da... Ja, ist klar. Da kommt er! Ist klar. Oh, da hat er nicht bunt! Das ist doch schon... Er kommt auch... Er kommt genau von der Seite, die ich nicht gesehen habe. Und ich sehe da so, hä, besteht denn einfach so in der Mitte des Feldes. Ich gucke hier... Nee, wo stand ich? Nicht hier, ne? Aber ich gucke genauso... Nee, aber ich habe von hier... Guck mal, ich bin hier da mal vorbeigelaufen. Hinter diesem Teil. Und habe so geguckt und gesagt, komm, wer steht denn da genau hier durch? Und da standst du einfach an der Wand da vorne. Loll, und ich habe genau so geguckt, dass ich da so eine schöne Kreuzung sehe. Ich dachte, wenn er so ein bisschen hin und her läuft... Nee, nee, nee! Geil! Erster guter Start. Wir respawnen. Loll, und ich habe zu Kev noch gesagt, hm, heute ist kein Lucky Day. Von daher Kev wird die Challenge... Heute wird Kev die Challenge verlieren. Aber es ist noch alles machbar. Alles offen. Ein paar Sekunden später. Okay, du kannst kommen. Alles klar. Ich weiß schon, der hat sich irgendeine... Der hat sich da irgendeine Kriechstelle da überlegt. Der hat mich einfach irgendwo hingekrochen. Okay, mit dem Kriechen. Jetzt sehe ich das. Alter, der ist hier nicht wirklich irgendwo hingekrochen. Da ist er durchgekrochen. Kriech! Kriech! Das ist ziemlich... Das ist schon ziemlich tricky, ne? Kriechst du jetzt... Was machst du denn da hinten? Hopala! Wie, Hopala? Jetzt fängt er... Was? Komm schon! Ich kann die Runde für mich entscheiden! Da ist er! Lauf, 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 lauf! Junge, jetzt lauf einfach mal ein bisschen schneller, Tomek! Deine fucking gestehlten Quadrizeps! Ich brauche einen Kriechspot! Junge! Ich hoffe, du läufst jetzt irgendwo hin, wo du nicht weg kannst. Du bist nicht weg! Ne, ne? Nein! Ey! Lauf! Du bist weg! Du bist einfach weg! Lauf, 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 lauf! Du bist einfach weg! Unglaublich! Ich bin der Wegläufer, Alter! Ganz ehrlich! Absolut! Vor allen Dingen, ich bin ja extra noch, wenn ich gelaufen bin, es gab mehrere Wege, bin ich in die eine Richtung gelaufen, in die andere mit der Maus noch hingeschwenkt, dass ich da auch hingucke. Du musst mal in irgendeiner Ecke verschwunden sein. Ja, da gab es drei oder vier Wege da. Ist das hier geil! Du hattest einfach noch einen guten, du hattest noch eine gute Entfernung zu mir, deshalb hast du das noch hinbekommen. Ey! Und das war echt... Scheiße, wo ist er jetzt? Ist er jetzt im Kriech-Modus, ey? Letztendlich glaube ich nicht, dass man hier so die Überversteck... Ist das hier ein guter Sport? Ich weiß es nicht! Na komm schon, ey! Jetzt Tomek, finde ihn einfach relativ schnell, dann hast du noch eine Chance. Dann hast du sie noch! Ich weiß nicht, wie gut dieser Verstecksport hier ist. Ich werde es dir gleich sagen, ey. Wenn ich meine Faust in dein Gesicht schümmelte! Genau hier! Was? Lauf! Bumm! So! Lauf! Lauf! Hergekommen! Got you! Haha, shit! Das ging! Es ging! Zwei Minuten 19! Die Welt ist ein bisschen offener, ne? Man muss ja viel laufen! Naja, muss man, aber das hast du auch gut gerade hinbekommen. Okay, dann fange ich an zu zählen und sage eins! Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Fünfzehn! Sechzehn! Siebzehn! Achtzehn! Neunzehn! Zwanzig! Einundzwanzig! Zweiundzwanzig! Dreizundzwanzig! Vierundzwanzig! Vierundzwanzig! Okay, kannst kommen, Bro! Ich komme! Komm schon! Ich laufe jetzt einmal in die falsche Richtung, ey! Komm, 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 komm! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, Glock? Ich bin, ey... Auf jeden Fall gerade angespannt, so viel kann ich dir sagen! Shit! Shit! War es nicht ganz damals mal irgendwie so richtig cool? Shit! Shit! Läuft bei Papi Chulo? Läuft bei dir? Ist ja ein bisschen schon, ja... Einmal... Wie geht die Kämmer auf Grundeis oder was? Bei mir, aber... Ich habe die Position gewechselt, jetzt kann ich wieder langsam relaxen. Relax! Take it easy! Junge, Alter, ich habe schon vergessen, wie das für eine Engelsstimme du hast. Na ja, so sieht das aus. Wenn du immer nur lachen hörst. Ja, das stimmt. Alter, Junge, ich versuche auch gerade mit irgendwas... Einfach nur irgendwas zu erzählen, um meine Nervosität zu überspielen. Ah, es läuft gerade, ey! Junge, habe ich dich überhaupt schon mal gesehen? Du mich nicht. Ich dich vielleicht. Hey! Mach ich die zehn Minütchen voll? Bin ich vielleicht gar nicht auf der Map? Das ist wirklich schwierig hier, ne? Bin ich vielleicht gar nicht auf der Map, Käm? Bin ich vielleicht im anderen Labyrinth? Buh! Ne, 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 ne! Booyaka! Wo bist du? Outplayed, son! Die Frage ist, wo bist du? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Diese Verarschung doch, ihr. Ey, Mann, ich schwenke auch wie... Das ist doch eine Verarschung! Ich schwenke wie bekloppt die Maus. Der Schwenkmeister? Ja, einfach nur, um alle Wege einzusehen. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit, ey. Bob, 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 bob. Haha, ist wirklich... Ich muss drei Positionen die ganze Zeit... Na, vier. Ja. Bob, 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 bob. Ich schwenke die ganze Zeit. Ich will nichts übersehen. Yo, drei Minuten, Alter. Das läuft, der Hase. Komm, Junge, wo ist er denn? Das läuft, der Hase, du. Das sage ich dir. Was haben wir? 3.50. 3.50. Junge, 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 wo bist du? Sag mal, Kev, willst du mich heute nicht finden? Lauf ich so offensichtlich an dir vorbei, oder was? Also, gerade habe ich dich schon wieder gesehen, aber... Ey, wieso sprintet mein Mongo nicht? Achso, lol, ich drücke... Lol. Falsche Taste gedrückt, alles klar. So, bewegen wir uns mal... ...die andere Seite der Map. Und tschüss. Zu viel Information. Bin ich wieder ganz weit von dir entfernt. Oder nicht? Okay, hier stehe ich. Ganz gut, aber jetzt muss ich wieder den Schwenkmeister aktivieren. Wo ist die Glock? Puh. Hä? Haben Sie etwas gehört? Du weit weg? Haben Sie etwas gehört, Mister? Alter, Junge, das war ja... Das ist ja richtig weit weg. Ich sage mal so, diese Map hat vier Ecken. Und vier Kanten. Und vier Seiten. Und irgendwo... Irgendwo zwischen diesen Ecken, ne, da bist du. War das schon näher dran? Ja. Was habe ich denn aktiviert? Okay, lauf. Run, boy, run. Bam, 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 bam. Hey, was ist das für eine Traumrunde? Ganz ehrlich, Alter, wo bist du denn? Ein Träumchen. Ich verändere wieder ganz die Position. Man kann ja auch mit den Waffen richtig... Ich sage dir gleich, was für ein Schabernack ich getrieben habe. Ja, okay. Hast du irgendwo Anwendungsminen platziert oder was? Nee, das nicht. Aber ich kann ja letztendlich, weil du meintest, voll weit weg. Ich kann ja auch aus der Map rausschießen. Da hast du gedacht, oh, wie weit weg ist das? Da hätte ich auch ganz nah sein können. Ja, das stimmt. Na komm, Alter. Wo ist der Junge? Oh, der Sonnenuntergang. Ist das der Untergang oder der Aufgang? Ja! Was? Krass! Junge, ich habe mich schon ganz hinterlaufen sehen und bin dir vom Ende der Map hier rüber gefolgt. Geil. Ey, das war super. Du hast nicht gewusst, wo ich bin, oder? Nein. 5 Minuten 50, Junge. Ups! Bin ich denn da hinten? Ja, hier. Oder bin ich, oh. Alles klar. Oder bin ich hier? Ja, aber der Respawn war schon richtig. Jo, das war eine sehr schöne Runde. Boah, Alter, heftig. Du bist ja richtig krass gelaufen. Heftiger Boy. Das heißt, Finale-Runde, ich muss 5 Minuten machen, ne? Mindestens. Oh. Ja, könnte auch mit 4. Könnte auch mit 4 lang. Weil du hattest 50 Sekunden. Ich hatte ca. 4 bis 5. Dann würde ich sagen. Ja, ich fange an zu 10, Bro. Okay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Let's go. Okay. Ready to rumble. Der Timer läuft. Let's get ready to rumble. Da läuft er schon mal falsch. Höh? Verkackern, Alter. Da läuft er wieder falsch. Oh je, jetzt läuft er wieder falsch. Das kann jetzt nicht sein, ne? Der Mindmaster hat zugeschlagen. Ich bewege mich nämlich die ganze Zeit gar nicht vom Fleck. Ich warte darauf, dass du zu mir kommst. Boom. GG. GG. Oneplay. Wuhu. Hä? Hab ich den Krieg in der Linse? 30 fucking Sekunden. Komm, ich bin bei mir stand... Hast du dich umgedreht? Bei mir standst du hier. Loll? Komm mal her. Ja? Du standst bei mir hier und bist in diese Richtung gelaufen. Und dann bin ich einfach nur von hier... Hast du da eine Kerlwende gewandet? Ja, ja. Ich hab gewandet, ja. Ich hab dich aber nicht gesehen. Das war... Das war... Lucky Shot! Das war richtig schön. Loll. Okay, dann muss ich dir noch eine epische Prügelei geben. What the fuck? Kev, komm mal kurz. Ich will dir was zeigen. Alter, nein. Nein. Doch, nein. Ich hab schon eine Granate vorbeihuschen gesehen. Ja, das stimmt. Okay, komm. Warte, was hab ich hier auch noch für feine Sachen am Stüssel? Warte mal, was hab ich jetzt? Ich hab hier kompakten Granatenwerfer. Das ist wie dieser Jack Sparrow. Ja, okay, komm. Catch me if you can. Ja, okay, kompakter. Wer den nächsten erwischt mit kompakter? Also ich hab jetzt... Ich hab jetzt Dings. Ich hab den hier. Was ist das? MG oder sowas, ne? MG? Ich dachte kompakter Granatenwerfer. Ich hab keine mehr. Ich hab alles schon verballert. Okay, also was nehmen wir? MG? Was hab ich? Karabiner? Eigentlich ist Scharfschützengewehr jetzt einfach. Scharfschütze find ich nicht schlecht. Uah! Hilfe! Alter! Alter! Der war bestimmt knapp. Der war 100 pro knapp an meinem Schädel, ey. Wo bist du? Scheiße, ich hab immer noch... Also ich hab immer noch keinen Radar. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht... Ja, Dito, ich weiß auch nicht, wo du bist. Oh shit. Hilfe! Lauf! Ah fuck! Boah, leck mich! Ja! Alter! Warte! Nein! Warte, komm, Kev. Nochmal? Na klar. Okay, ich laufe. Erstmal muss ich absteigen von dem Motorrad. Motorrad? Ey, das war... War ein bisschen... Oh! Wer gönnt sich denn da? Ein Schuss! Ba-bam! Was? Hast du... Hast du ran gesoomt, ja, ne? Ja, klar. Scheiße, ey. Ich bin da gar nicht so schnell, ey. Ich hab die Waffe... Okay, komm. Alle guten Dinge sind drei. Einmal gönnen wir uns noch. Wenn du wieder durch die gleiche Gasse kommst, ist deine Todesgasse hier. Todesgasse. Hä? Wieso? Hä? Ich hab dich doch... Endlich! Babuschka! Komm, 2-1. 2-1, komm. Das war close. Komm, 2-1. Wer zuerst dreimal den anderen wegballert. Okay, wer zuerst dreimal den anderen wegballert. Ich komme wieder durch die Todesschneise. Kannst mir sonst was erzählen? Komische Mindgames, ey. Komischer Mann. Komischer... Komisch... Höh! Na, wo ist er? Na, hier steht... Wo bist du, Alter? Das sag ich dir nicht. Überall und nirgendwo. Nirgendwo. Hä? Willst du mich töten oder bist du weggelaufen? I don't know. Ich warte gar nichts. Hä? Wo ist dieser Junge? Ach, come on. Ey, weißt du, was krass ist? Das, wenn ich dich angucke, dann sehe ich immer so, als ob du in die Luft das Gewehr hältst. Ja, genau. Das war mir auch so. Hä, wie zielt der denn in die Luft? Ja, und deshalb denke ich mir immer, ich habe noch kurz Zeit, aber jetzt... Ach so. Ja, das ist so, ich habe noch kurz Zeit, bis er irgendwie runterhält. Wo zieht der Boy hin? Oh, Mann. Und den griechen Headshot. Ja, saubere Sache. Das Duell. Leute, ihr habt die Wahl. Wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben gebt, wenn genug Daumen nach oben gekommen sind, dann machen wir in der nächsten Folge eine geile Panzer-Challenge. Holen uns zwei Panzer und metzeln richtig rum. Oh, ja, ja. Ihr habt es in der Hand, vergesst es nicht. Checkt natürlich auch Tomek aus, es hat Spaß gemacht, das war richtig geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao. Bye, bye, Leute.